Die Heil- und Mineralquellen Die Heil- und Mineralquellen wurde offiziell 1922 gegründet. Wir sind von 200 Mineralbrunnen deutschlandweit unter den Top 20. Mit unseren ca. 130 qualifizierten Mitarbeitern produzieren wir und verkaufen wir jährlich 220 Millionen Liter Mineralwasser und Erfrischungsgetränke. Es gibt ja viele Mitbewerber. Es ging damals um die Effizienzsteigerung in der Verladung. Man hat da einige oder viele andere Geräte getestet. Ich sage ja mal, unser Steckenpferd ist hier unser 8-Tonner-Stapler. Man hat damals getestet, man wollte halt die Verladung optimieren und dann hat man mehrere Geräte an dieser Tonnage getestet. Letztendlich ist dann so weit gekommen, dass wir uns für die Firma Lindig entschieden haben, weil es von der Effizienz und auch von der Wirtschaftlichkeit einfach, sage ich mal, das beste Gerät für uns war. Wir haben mit dem 8-Tonner-Stapler Ladezeiten gegenüber einem 4-Tonner-Stapler. Beim 8-Tonner haben wir, sage ich mal, 8 bis 10 Minuten die Ladezeit und beim 4-Tonner das Doppelte, wenn nicht sogar manchmal das Dreifache an Ladezeit. das Doppelte, die Ladezeit und beim 4-Tonner-Stapler. Vielen Dank.